Das größte Pumpspeicherwerk Europas ist im Hotzenwald geplant. Eine Katastrophe für ein noch so schönes Bergland. Die Betreiber wollen an ein Naturparadies es hinrichten, einfach mit Beton und Kies. Das sind die werten Herren von NW und Schluchzeberg AG, die haben böse Pläne. Oh, weh, oh, weh! Bei Adorf und Bad Säckingen sollen gebaut werden zwei Giga große Staubecken. Die 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 Giga große Staubecken. Ja, ohne uns alle, ne?